so zwei auf einem streich ja gut habe ich gemacht da waren wir erwarten müssen hin muss die oberste haut ab okay das ist nicht so schlimm das ist nicht so schlimm dann wollen wir mal weitergehen hier ja da will ich gerne hinreißen so sophia angekommen sind mal wer legt mal die waffe weg mein schiff ist das gut wo müssen wir hin beginnt erstmal hier hin und dann geht es wieder raus ja nach neun minuten spiele ich und dann mache ich oben einen kleinen mittagsschlaf damit ich heute noch ein bisschen ausgeruht bin und dann ist das alles schickimicki okay eins verlassen muss da lang sind nicht feindselig das ist schon mal gut hier auch nicht fragt sich nur wie lange die nicht feindselig sind doch vier da ist er ja es ist geledigt gut ok ok na schön ich mach's mir ist egal stufenaufstieg zu überzeugen muss ich definitiv verbessern gut annehmen und raus da gebe ich hinter die wir müssen runter wahrscheinlich es wird ein schiff hoffnung hock 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 w og hob ksmall ich gehe mal hier raus ich weiß nicht ob ich hier richtig bin oder nicht ich habe alles gemacht was du wolltest jetzt bin ich wieder hier wo bin ich jetzt aktiver auftrag ok dann lass uns mal ein reisen und jetzt geht es hier wieder rein das gebäude mal gucken ich hoffe sie sind friedlich dass ich nicht immer einmal nur kämpfen muss und kämpfen muss und kämpfen muss das wäre natürlich doof stimmt jetzt sind ja auch alle tot ich habe hier echt ganze arbeit geleistet oder hier ok dann muss ich hier hoch naja die leben ja echt gut muss ich sagen die leben wirklich gut jetzt bin ich hier bei sofia undockstation da hob ok da muss ich hin ich musste mein schiff ich bin ja hier raus hier geht es nicht weiter wo ist jetzt mein schiff ich gehe ich jetzt mal hier und da ich gehe jetzt mal hier und da Die sind glücklicherweise nicht mehr sauer, sie hätten mich jetzt wieder angegriffen. Das wäre natürlich doof gewesen. Wo komme ich denn hier hin? Ähm, die sind aber auch welche. Mei, Jürgen. So, ich sterb. Ich will verdammt nochmal nur zu meinem Schiff. Nur mein Schiff. So. Die sind ja auch ganz schön Robots, muss ich sagen. Da sind auch noch welche. So. Das sind auch noch welche. Und die mache ich an der Platte. Die sind irgendwie... Naja. Der hätte aber echt mega aus. Der hängt ja richtig mega aus. Gut. Dann lasse ich mal hier durch. Ich glaube, ich bin ja falsch. Ich muss mal gucken. Ja, ich war ja falsch. Ich dachte, wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich direkt durch den Wartungstunnel zu meinem Schiff. Aber das ist nicht der Fall. Das war nicht der Fall gewesen. So. Ich kann nicht reißen mit Gegner in der Nähe sind. Das hat mir den Gegner nervt. Wo bin ich? Ich bin da. Ich muss aber da hin. So. Und das hat mir und da hin der Kommand. Das hat mir was. Wir haben hier. Ich bin da. Ich bin da.